willkommen zurück zu einer weiteren folge ob server so ich habe mich schon auf jeden fall verlaufen es hieß ja ich muss da lang und da lang um die treppe zu finden und ich habe eine treppe gefunden aber die führt nicht dahin wo ich gerne hin möchte das ist scheiße ja hier geht es ja noch mal ins maul erschreckt mich nicht so ja los helft me all right let's try something else what's the last thing you remember i was on a mission in the fragment quadrant what the fragment quadrant and the captain of the endeavor a representative of the united earth initiative i was up on the bridge when everything went black ah i see what was it you were doing on the bridge i was talking to my first mate we were leaving the meadow galaxy navigating a fierce plasma stream next thing i know i wake up in this cell hooked up to this chair i command to know what's going on here aye aye captain let's try this the thing on your head can you take it off i i'm not sure i could barely lift my eyes god damn it what have they done to me sir listen to me okay i want you to park your elbows on the chair lower your head and pull backwards thanks i got it all it's uh it's some kind of helmet okay there's cables everywhere there's a logo you know some kind of face with wings the morpheus vr series huh the what i hate to break it to you sir but there's no such thing as the united earth initiative what do you know what a transfer is no why should i someone who checks out ditches reality lives in a fantasy world well why are you telling me this you are in your apartment you're not a captain it was an illusion sorry the lockdown must have screwed up the transmission you're experiencing atrophy so you may have been sitting in the same chair for months shut up you're lying i don't know what game you're playing mate but i do know my crew is already looking for me right whatever you say i wasn't trained for this wait don't leave me in here you bastard i i gotta get out of this hellhole reality there reboot and flip back it's the best we got wow höı v v v mieux v v v ich das so oft mache. Cross is Mushroom. Bei der war ich ja schon. Schiul, ich dachte da wäre eine Zahl drauf. Oh! 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 Das sieht man aber auch nirgends so ne Zahl. Das ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt hier raus? Ja, ich denke mal schon. Einmal bitte hacken. Wow! Wow! 4-0-0-4! Wow! Was? Da ist die Treppe! Wer heult hier schon wieder? Da ist auch ne Treppe! Oh! 0-0-1! Was ist hier gerade los, bitteschön! Boah, irgendwas passiert doch gleich! Oh! Oh! Oh. Oh! Hey, you. Come over here. Hey, Penny. State your business. You're will be. Jack shit. Yes. And no. Hmm. What do you think? What's this about? Why, you? Of course. It's always about you, isn't it? Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. I'm not going to get rid of the destroyed membrane, I'm going to smell like Narzissen. What? I'm going to smell like a Narzissen on a line. The same. The floor lies a snake over you. It bothers me, sweetheart. What is it, dear? I'm a cop. Yes. I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me in court of law. Uh-huh. I have the right to an attorney. What are they doing with my head? Was? Alter was macht ihr mit meinem Kopf? Den Besitzer des Tattoo Studios Na dann Hey Kolom, wo bist du? Nicht da Äh 0,28 War das doch Apartment das Gibt's hier gar nicht Interessant Ach das da oben Läuft Läuft Den Besitzer des Dingsbums Auf jeden Fall Komme ich jederzeit in den Keller zurück Das ist schön Wie sah das schon immer so aus? Da bin ich Ok Ok Kann das sein, dass sich hier alles verändert hat? Was? Aber sowas von? Hier hat sich mal alles verändert Null Null Höher komme ich nicht mehr Ja Trag deine Maske Gib Krebs keinen Vorsprung Alles klar Ei 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 Das ist alles offen hier Das ist alles offen hier Wenn ich jetzt Da reingehe Hier lang? Nee Hier lang Komme ich jetzt zum nächsten Flur Jetzt gehen wir hier mal höher Flur 3 Und noch eins Und noch eins Ja Ok Die ist zu Das ist ein Beschiss Da gibt's aber wieder einen Flur Da gibt's aber wieder einen Flur Das stimmt Das war ja hier von dem Ehen des Bads Wir haben immer noch kein Spiegelbild Ich blick hier einfach nicht mehr durch Ich blick hier einfach nicht mehr durch Hi Hi Hey PD Can we talk? Ugh Das klingt Das klingt wie ein Schmerz Das klingt wie ein Ich Entschuldigung nicht Das klingt wie ein Entschuldigung Ja Das klingt wie ein Entschuldigung Das klingt wie ein 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 Das war ja total aufschlussreich! Stimmt, waren wir hier nicht schonmal? Läuft! Männer, uff! Was ist das für eine Puppe? Hilfe! Holo-Horror! Ne, wir spielen jetzt nicht! Das wars damit der Folge! Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst einen Daumen nach oben, dann lasst einen Kommentar da! Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video! Bleibt gespannt, genießt den Tag und Bye Bye! ARD Text im Auftrag von Funk